im jahre 1985 ging sie nach russland im jahre 1991 gingen sie in den irak und im jahre 1993 gingen sie in pension was machen sie beruflich ich bin gehirnchirurg ich bin berufspilot ich bin vertreter für staubsauger in wahrheit bin ich ihr geheimagenten wir waren spionen und das ist die reine wahrheit aber ihre vergangenheit sie müssen uns helfen die antwort ist nein verfolgt sie wie ein albtraum lassen sie davon abzüge machen und verteilen sie sie jefferson blue muss unbedingt verhaftet werden machen sie keine hastigen bewegungen warum nicht gibt sie etwa wespen alles was sie sich erträumen ist ein ruhiger nachmittag im freien ein intimer abend daheim sie wollen ihrem baby alles beibringen pass schön auf wie man mir das schloss knackt wenn du groß bist kannst du die arbeit abnehmen und am abend in aller ruhe spazieren du und die kleine ihr hattet eine messer stecherei das war ein fährer kampf die waren zu zweit wir auch kathleen charmer warte bis du siehst was ich in der hose habe lauter leere versprechungen dennis quaint ich hätte dich mal deine stimme ist wirklich sexy in einer komödie über eine familie die allem entkommt nur nicht ihren job für das nächste mal holt euch nami schlitten undercover blues ein absolut cooles trio was für ein bulle bist du morgen ein netter oder ein brutaler lieber ein brutaler okay das muss für heute reichen ja ja ja